Herzlich Willkommen zu diesem neuen Roblox Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Video zeige ich euch wie ihr schnell und einfach kostenlose Robux bekommen könnt. Das ist gar nicht schwer, ihr seht in sehr sehr kurzer Zeit, könnt ihr schon sehr viele Robux machen. Und ja, ich zeige euch Schritt für Schritt wie das natürlich funktioniert und dass auch wirklich bei jedem von euch das auch funktionieren wird. Es ist komplett egal ob ihr jetzt auf dem Handy seid, ob ihr auf dem PC seid, das spielt alles keine Rolle. Aber bevor wir mit dem Video hier loslegen, ich hau aktuell einen Roblox Account raus, der hat über 50 Millionen Robux, der hat alles freigeschaltet schon. Das heißt, ihr könnt mit dem Account machen, was ihr wollt, der hat sogar noch Premium aktiviert und ist sogar maximales Level. Es ist wirklich geisteskrank und wenn ihr den haben wollt, dann könnt ihr sehr gerne meinen YouTube Kanal einfach nur abonnieren, dieses Video einfach nur liken und einfach euren Roblox Namen in die Kommentare hineinschreiben. So einfach nehmt ihr schon teil und bevor wir den ganzen Video nochmal loslegen, möchte ich erwähnen, sollte diese Methode bei jemandem von euch beim ersten Mal einfach nicht klappen, wer einen kleinen Fehler gemacht hat oder was ausgelassen hat, dann probiert es einfach nochmal aus. Wenn ihr jetzt hier angekommen seid, müsst ihr als erstes auf euer Profil gehen, so gleich wie ich hier einfach auf euer Profil. Wenn ihr jetzt auf eurem Profil angekommen seid, müsst ihr unsere Info erstmal verändern. So, aber bevor ihr eure Info rauslöscht und ihr habt euch voll viel Mühe dabei gegeben, die zu schreiben, macht entweder ein Screenshot, speichert die ab, kopiert die einfach. Wer die, könnt ihr dann später natürlich wieder einfügen nach diesem Video, aber für diese Methode braucht ihr auf jeden Fall die Info als freien Slot. Deswegen am besten einfach nur, ja, einfach kurz abspeichern. So, als erstes, Freunde, müsst ihr folgendes machen. Als erstes gehen wir unten links, ich zeichne nochmal hier unten links, hier auf den Punkt Gruppen. Seht ihr hier auf Gruppen einfach drauf, so hier auf Gruppen, Freunde, da geht ihr einmal drauf und ihr seht oben rechts, ich habe auch null Robux hier gerade auf dem Account. Da geht ihr hier oben einmal auf Suchen und da tippt ihr einfach nur R-O-B-U-X ein, also einfach nur Robux. Dann wird ihr exakt hier gleich wie ich angekommen sein. Dann scrollt ihr einmal hinunter, bis 5 Deluxe Robux kommt. Ihr seht hier, das ist hier die Gruppe hier, da geht ihr einmal drauf. Das ist eine wichtige Rolle, dass ihr wirklich diese Gruppe auch anklickt. Dann, Freunde, geht ihr rechts hier einmal auf den Punkt Verbündete. Da werden jetzt hier 4 verschiedene Gruppen nochmal aufgelistet. Aesthetik Gruppe G, also Aesthetik Deluxe, gleich wie ich. In dem Fall hat die fast 2000 Member, wo ihr das Video schon seht, kann das natürlich auch mehr Member haben. Dann auf jeden Fall, wenn ihr jetzt hier angekommen seid bei dieser Gruppe, müsst ihr jetzt folgendes machen. Jetzt müsst ihr hier oben einmal auf den Punkt von Holder Deluxe, also einmal auf das Profil von Holder Deluxe drauf gehen. Das ist exakt dieses Profil hier. Wenn ihr hier am Start seid, scrollt ihr die ganze Zeit einmal runter und geht wieder auf 5 Robux Deluxe drauf. Wenn es bei euch gleich wie bei mir hier aussieht, das ist hier wieder eine Gruppe, die angezeigt wird, habt ihr alles richtig gemacht. Und diese Methode wird bei euch 100%ig auf jeden Fall klappen. So, da geht ihr jetzt einmal drauf. So, wenn ihr jetzt hier seid, dann müsst ihr aber wieder auf euer Profil drauf gehen und jetzt müsst ihr einmal die Info umändern. Als erstes schreibt ihr zwei Klammern, zwei runde Klammern hinein. Dann geht ihr in die Mitte hin und davor, bevor ihr in die Mitte geht, wichtig habe ich kurz vergessen, zwei Punkte nochmal außen machen. Also, ja, hier zwei Klammern und vor den Klammern jeweils zwei Punkte setzen. Dann geht ihr in die Mitte hinein, schreibt jetzt folgenden Zahlencode hinein, 628-598. Exakt so muss es aussehen. Habt ihr es getan, dann schreibt ihr nochmal zwei runde Klammern hinein und jetzt einfach nur get.robux. Und jetzt hier einfach nur eine 5. Und ihr werdet schon sehen, sobald wir es abspeichern werden, wird es angezeigt. Es wird angezeigt und normal kennt ihr, wenn Robux drin hat, wird alles normal zensiert. So, dann geht ihr hier wieder auf Bearbeiten. Jetzt müsst ihr das Get da vorne weg machen. Hier, das löscht einmal hinaus. So, kurz rauslöschen. Robux und dann einfach nur ein Bindestrich. Und ihr schreibt einfach nur 10.000 hin. So, das muss gleich wie bei mir aussehen. Und soll es wieder speichern werden, wird es wieder ganz mal angewendet. So, habt ihr es getan. Und es ist bei euch nicht zensiert, sondern es wird wirklich hier angezeigt. Normal werden alle Bios mit Robux zensiert. Aber wenn es bei euch nicht zensiert wird, habt ihr alles richtig gemacht. Und diese Methode wird bei euch funktionieren. Dann geht ihr ganz einfach wieder auf Gruppen. Hier gleich will ich. Geht wieder auf die gleiche Gruppe von vorher. Also Robux eintippen. Und wieder auf die 5 Robux Deluxe Gruppe. Dann, wenn ihr hier am Start seid, müsst ihr hier runter gehen. Und hier wird ihr schon sehen, hier werden ganz viele Personen bzw. Mitglieder angezeigt. Jetzt vorne ist ein wichtiger Schritt, dass ihr es gleich wie ich macht. Dann müsst ihr jetzt hier wirklich gucken, nach einer Person suchen, die hier auf jeden Fall kein Abzeichen daneben hat. Also keinen Rang in der Gruppe hat. In dem Fall, die Person wäre nicht gut. Hier hat sie gar kein Abzeichen. Dann müsst ihr die in dem Fall auswählen. Wird bei euch hier keine Person angezeigt ohne Abzeichen. Dann geht ihr auf die zweite Seite drauf und schaut nach einer Person, die auf jeden Fall kein Abzeichen hat. Ihr müsst wichtig auf die erste Person gehen, die bei euch kein Abzeichen hat. In dem Fall ist es die hier. Da geht ihr einmal drauf. Und dann wird ihr hier auf diese Person angekommen sein. Das scrollt ihr einmal hinunter. Und jetzt müsst ihr den Ortsbesucher, also die Ortsbesucher hier einmal merken. Das ist wichtig, dass ihr das jetzt einmal merkt. Da steht 0. Bei den meisten aus der Gruppe wird 0 stehen. Einfach hier diese Zahl merken. 0, okay. Das müsst ihr jetzt merken, dass wir jetzt eine wichtige Rolle spielen. So, dann geht ihr wieder auf euer Profil. Dann wieder hier auf euer Bio hinauf. So, Info. Löscht alles hinaus. Setzt eine Klammer, eine einzige Runde Klammer und schreibt es die Ortsbesucher einmal hinein. In dem Fall 0 von der Person. Dann geht ihr mal auf Speichern und es wird gleich, wie ihr mir jetzt aussehen. Habt ihr es getan. Jetzt kommen wir zum letzten Schritt. Und dann wird die Methode bei euch auch schon funktioniert haben. Und wenn ihr bis jetzt das Video schaut und immer noch nicht abonniert habt, dann lasst es unbedingt ein Abo da, Freunde. Und aktiviert ihr nämlich keine Glocke, um keine Robux-Videos mehr zu verpassen. Weil auf diesem Kanal gibt es aktiv Robux-Videos, wie ihr viele Robux bekommen könnt. Dann vor allem geht ihr mal oben auf Robux kaufen. So gleich wie ich. Und wenn ihr hier ankommen seid. Dann geht ihr hier mal auf, du brauchst mehr Robux einmal drauf. Wichtig, ihr müsst ihr nichts kaufen. Es ist komplett kostenlos. Jetzt klickt ihr hier, um ein Star-Code hinzuzufügen. Und sobald wir jetzt einen bestimmten Star-Code eingeben werden, wird das hier für 0 Euro verfügbar sein. Und danach, sobald wir einen Schritt noch ausfüllen werden, werden wir diese Robux auch schon bekommen haben. So. Ihr schreibt wieder zwei Klammer hinein. Ein Punkt jetzt, nur einen ganz wichtig. Schreibt Get. Dann schreibt ihr eine eckige Klammer nach rechts schauend. Und da schreibt ihr jetzt folgendes hinein. Da schreibt ihr jetzt einfach nur 0-Euro hinein. Und das sollte am besten gleich wie bei mir aussehen. Also eine Klammer, ein Punkt, Get, eckige Klammer nach rechts, 0-Euro und eine Klammer nach links. Eine Runde. Dann kriegt ihr auf hinzufügen. Und wenn bei euch ungültiger Code stehen wird, wird es bei euch funktioniert haben. Ihr seht ungültiger Code. Jetzt, Freunde, geht ihr wieder oben rechts auf Robux kaufen. Wieder drauf. Und ihr werdet schon sehen, jetzt wird es für 0 Euro sein. Sobald wir hier drauf gehen werden. So, ihr seht, vor das Paket. Hier noch ganz normal der Preis. Aber sollte er drauf gehen werden. Zack, Freunde. Und ihr werdet schon sehen, es ist hier alles real. Ihr seht, wie ich 0 Euro. Und an diesem mir immer noch nicht glaube ich, dass es funktioniert. Wie kann man das jetzt abholen? Es steht 0 Euro. Aber trotzdem dies, das, das, Leute. Ja, ganz einfach. Ihr müsst jetzt einfach nur eure Seite einmal neu laden. Also hier auf dieses Symbol draufklicken, wenn ihr am PC seid. Wenn ihr am Handy seid. Einfach nur die App neu starten. Und dann werdet ihr schon sehen, gleich mal diese Robux auch schon bekommen haben. Und ihr seht jetzt, Freunde, der Preis wird hier von 10.000 wieder auf 100 gesetzt. Aber oben rechts seht ihr, ich habe die 10.000 Robux bekommen. Das sieht ja gar nicht wie bei mir gerade. Und man bekommt immer ein bisschen mehr als 10.000. In dem Fall jetzt 10.007. Aber jetzt, Freunde, können wir das ganz einfach wieder machen. In dem Fall wieder den Starcode hinzufügen. Einfach wieder Punkt. Das gleiche wie vorher reinschreiben. Dann einfach hier wieder die Klammer machen und so weiter. Also das gleiche wie gerade eben reinschreiben. Hinzufügen, klicken, neu laden. Und dann habt ihr auf einmal von 10.000 20.000. Geht ganz einfach, Freunde. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich habe euch damit geholfen. Lasst euch gerne ein Abo da. Aktiviert da nämlich keine Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Lasst euch gerne ein Like da, falls euch das Video hier wie gesagt gefallen hat. Und dann sehen wir uns die nächsten Tage wieder bei einem neuen Robux-Video. Und ja, ciao, ciao.